...einem lateinamerikanischen Tanz, nämlich der Rumba. Rumba wird vielfach in verschiedenen Tempi gespielt und getanzt. In unseren Breitengraden jedoch bevorzugt man die langsameren Formen der Rumba, auch unter Rumba Bolero und Begin bekannt. Wir wollen aber nicht vergessen, die schnelle Rumba zu erwähnen. Es sind die gleichen Figuren, bloß bei schnellerer Musik kleinere Schritte. Wir beginnen mit dem Grundschritt, mit dem Rechtskarree. Die Haltung in der Rumba ist die gleiche wie beim Cha-Cha-Cha. Man steht auseinander. Die Füße sind geschlossen, man beginnt mit dem rechten Fuß, die Damen mit linken Fuß. Sie wissen vielleicht noch, der Rhythmus der Rumba ist langsam, schnell, schnell, langsam, schnell, schnell. Nun zum ersten Schritt. Schauen Sie. Und rechts vor, daher, die Damen links zurück und seit Schluss. Noch einmal gezeigt, alle Schritte werden mit dem Ballen angesetzt. Und rechts vor und seit Schluss. Der zweite Teil führt den Herrn mit dem linken Fuß zurück. Die Dame folgt ihm mit rechtem Fuß vorwärts. Auch das wollen wir Ihnen zeigen. Schauen Sie. Und links rück und seit Schluss. Noch einmal bitte. Der Rhythmus ist immer der gleiche. Und rück und seit Schluss. Und nun fassen wir beide Teile zusammen. Auch das zeigen wir. Achtung. Und vor, seit, Schluss, rück. Seit, Schluss, vor. Seit, Schluss, rück. Und seit, Schluss. Schnell noch einmal. Und rechts vor, seit, schließt links, rück. Seit, schließt rechts, vor. Seit, schließt links, rück. Und seit, schließt links, rück. Und Herren, bitte dasselbe mit Musik. Bitte Tanzhaltung, Herr Banta. Drei, vier, und rechts. Wechsel links, rück. Wechsel rechts, vor. Wechsel links, rück. Wechsel vor. Wechsel rück. Wechsel vor. Wechsel rück. Wechsel. Nun, ich denke, wir sollten dieses Rechtskarree etwas erweitern durch ein Damen-Solo. Na, wir hören schon, Damen-Solo. Es ist mehr eine Aktion für die Dame. Und da es ein Damenschritt ist, wollen wir eine Dame bitten, ihn zu erklären. Und hören Sie bitte jetzt auf meine Frau. So. Zunächst, meine Herren, darf ich Sie beruhigen. Für Sie verändert sich nichts. Für die Damen ist es auch nicht schwer, meine Damen. Sie drehen einfach im ersten Teil den Grundschritt. Wir zeigen es Ihnen einmal. Schauen Sie zunächst auf die Füße. Langsam. Jetzt zur Seite schauen Sie. Und dann blitzschnell herumdrehen. Rum. Und Schluss. Noch einmal. Rückwärts mit dem Herrn zusammen. Langsam. Und drehen. Schluss. Schauen Sie sich das jetzt einmal in ganzer Figur an. Der Herr muss ein bisschen dabei führen, meine Herren. Und zwar, heben Sie nach dem langsamen Schritt die gefassten Hände hoch, damit die Damen unter drunter durchdrehen können. Und dann mit der rechten Hände ein bisschen nachhelfen. Schon geschafft. Schauen Sie. Noch einmal. Langsam. Schnell. Schnell. Ich glaube, Sie sollten es jetzt einmal mit uns probieren. Bitte stellen Sie sich auf. Rechts vor. Dame links. Zurück. Und langsam. Und drehen. Schließen. Prima. Bitte nicht die Balance verlieren. Auf der rechten Fußsohle wird die Drehung ausgeführt. Noch einmal. Und langsam. Schnell. Schnell. Gut. Wenn die Drehung also geschafft ist, wird der zweite Teil des Grundschritts hinten angetanzt. Wir zeigen Ihnen das in der Verbindung. Sehen Sie bitte die Füße an. Langsam. Schnell. Schnell. Langsam. Schnell. Schnell. Noch einmal. Und langsam. Schnell. Schnell. Langsam. Schnell. Schnell. Nach der Drehung wird die Tanzhaltung wieder eingenommen. Vielleicht sehen Sie auch da einmal her. Langsam. Drehen. Herum. Und die Haltung. Und seit Schluss. Nun, wenn man das mit Musik tanzen will, wird es doch ein wenig anstrengend und strapaziös für die Dame. Ich denke, wir sollten jetzt abwechselnd einmal das Rechtskarree ohne und einmal das Rechtskarree mit Damensolo tanzen. Schauen Sie sich das an. Herr Rechts, Dame links. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Damensolo. Schnell. Schnell. Rück. Und seit. Schluss. Schnell noch einmal. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Solo. Schnell. Schnell. Rück. Und seit. Schluss. Und das können Sie abwechselnd immer tanzen. Diesmal mit Musik. Bitte Tanzhaltung. Drei. Vier. Und vor. Wechsel. Rück. Wechsel. Achtung. Schnell. Schnell. Rück. Vom Anfang. Vor. Wechsel. Rück. Wechsel. Achtung. Dreh. Zwei. Rück. Vom Anfang. Vor. Wechsel. Rück. Wechsel. Achtung. Schnell. Schnell. Rück. Komm an. Es geht so prächtig, dass wir ruhig noch eine Ergänzungsfigur hinzunehmen können, nämlich die Promenade und Gegenpromenade. Befassen wir uns mit dem ersten Teil mit der Promenade. Wieder Tanzhaltung. Herr rechts vor, Dame links zurück. Schauen Sie zunächst auf die Füße. Und rechts vor. Dann laufen beide zwei kleine Schritte in Promenadstellung diagonal schräg nach vorn. Lauf. Lauf. Noch einmal gezeigt. Rechts vor. Und rechts vor. Lauf. Lauf. Nun noch einmal zur Führung. Wir tanzen den ersten Schritt gemeinsam. Langsam. Dann führt der Herr seine Dame in Promenadstellung und tanzt zusammen mit ihr zwei Schritte vorwärts. Klein. Zweiter Teil. Gegenpromenade. Diesmal beginnt der Herr links vor, die Dame rechts zurück. Schauen Sie auf die Füße. Und links vor. Jetzt zur anderen Seite laufen. Zwei. Noch einmal gezeigt. Links vor, der Herr rechts zurück, die Dame. Und Schritt. Schritt. Lauf. 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 Noch eine Bemerkung zur Führung. Wenn Sie den ersten Schritt getanzt haben, müssen Sie die rechte Hand von der Schulter der Dame lösen. Lauf. Lauf. Noch einmal. Und Schritt. Lauf. Lauf. Beide Teile zusammengefasst. Promenade und Gegenpromenade. Wir zeigen es. Und vor. Lauf. Lauf. Vor. Lauf. Lauf. Noch einmal bitte. Kleine Schritte. Und vor. Lauf. Lauf. Vor. Lauf. Lauf. Und das Ganze jetzt noch einmal gezeigt. Wegen der Führung. Vor. Lauf. Lauf. Die Dame etwas drehen. Rückwärts. Und öffnen. Lauf. Lauf. Noch einmal. Und vor. Promenade. Lauf. Lauf. Vor. Öffnen. Lauf. Lauf. Vielen Dank. Auch das lässt sich nicht tanzen mit der Musik. Wenigsten schlecht. Wir wollen eine Verbindung schaffen. Nehmen wir das Rechtskarree voraus. Das dürfen wir Ihnen zeigen. Rechtskarree. Und dann diese Figur. Schauen Sie. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Promenade. Lauf. Lauf. Gegenpromenade. Lauf. 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 Achtung. Seit. Schluss. Rück. Und seit. Schluss. Ja. Führungstechnisch ist das schon ein bisschen schwieriger zu lösen. Vielleicht wollen Sie da nochmal Ihr Augenmerk drauf richten. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Dame etwas nach rechts drehen. Dame etwas nach links drehen. Und die Dame wieder zur Gegenüberstellung führen. Seit. Schluss. Rück. Und seit. Los. Meine Damen und Herren. Und das wollen wir jetzt einmal mit Musik tanzen. Bitte stellen Sie sich auf. Bitte Tanzhaltung. Herr rechts. Darf links. Drei. Vier. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Promenade. Lauf. Lauf. Gegenpromenade. Lauf. Lauf. Karré. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Promenade. Lauf. Lauf. Eins. Lauf. Lauf. Eins. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Promenade. Lauf. Lauf. Eins. Gegenpromenade. Lauf. Lauf. Karré. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Eins. Lauf. Lauf. Vor. Lauf. 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 Ganz von vorne. Karré. Seit. Schluss. Rück. Und seit. Schluss. Ein zweites Mal gezeigt. Man muss sehr viel Schritte behalten hier. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Solo. Schnell. Schnell. Rück. Seit. Schluss. Promenade. Lauf. Lauf. Gegenpromenade. Lauf. Lauf. Karré. Seit. Schluss. Rück. Und seit. Schluss. So. Und jetzt noch einmal wegen der Führung wieder. Rechts. Karré. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Hände anheben. Führen. Schnell. Schnell. Lang. Jetzt die Promenade. Lauf. Lauf. Gegenpromenade. Lauf. Lauf. Karré. Und seit. Schluss. Rück. Und seit. Schluss. Stimmt es? Ja. Prima. Auf rein. Noch einmal. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Solo. Schnell. Schnell. Rück. Und die Promenade. Eins. Lauf. Lauf. Eins. Öffnen. Lauf. Lauf. Karré. Seit. Schluss. Rück. Und seit. Schluss. Bitte Tanzhaltung. Achtung. Achtung. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Solo. Achtung. Dreh. Zwei. Rück. Jetzt die Promenade. Achtung. Laufen. Eins. Zwei. Gegenlaufen. Lauf. Zwei. Karré. Und seit. Schluss. Rück. Und seit. Schluss. Es ist deutlich zu beobachten. Der Grundrhythmus läuft immer wieder durch. Drei. Vier. Und vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Solo. Dreh. Zwei. Rück. Promenade. Vor. Lauf. Zwei. Gegenpromenade. Lauf. Von vorn. Vor. Seit. Schluss. Rück. Seit. Schluss. Damit. Dreh. Zwei. Rück. Seit. Schluss. Und jetzt. Lauf. 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 Von vorne. Seit. Bitte mal alleine rein. Und jetzt. Vielen herzlichen Dank, Herr Wander. Vielen herzlichen Dank.